StreamBeam for Global Change Support bei CasterTV ist hier an der Wilhelmstraße, französische Straße von dem Landwirtschaftsministerium. Und es geht hier um die Agrarreform, die soll ökologisch und gerechter sein. Informationen dazu findet ihr unter www.meine-landwirtschaft.de Ja, keine Ahnung. Es war wohl Hilfesuchen. Wer ist dafür jetzt zuständig? Das Bienchen. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich euch das hier so zeigen kann. Oder ob ich jetzt wieder, weiß ich nicht, 40, 50 Leute so kurz vor meiner Linse habe. Die Vorbereitung ist wieder zum Auswachsen. Ja, die Vorbereitung, man muss ja alles. Die Leute wollen was zu sehen haben. Das ist die ökologische Vielfalt auf dem Acker. Wir sehen hier Erbsen, Bienen, die herumschwirren, Feldhasen sind dabei, Möhren, Äpfel. Und auch die Feldfrüchte demonstrieren heute, wie wir, für eine grüne und gerechte ökologische Agrarreform. Für weniger Mais. Die und die, 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 die Vielen Dank.